Liebe Fritz-Mitarbeiter, jetzt spricht Ihr Sicherheitsumptragende, Herrn Mangels. Haben Sie einen Hund? Will ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Schönen Tag noch. Und das war mal. Bruni, mach mal eine Kaffe. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So sieht's aus. Entschuldigung, bleibt das die ganze Zeit so langweilig? Bruni, sag mal bitte, ich bin krank. Probiert's doch einfach mal aus. Ihr fragt Schlimpen. Das gibt nicht gutet, außer man tutet. Ha, ha. Oh, sieht's gut aus. Das wird dein Tag heute. Komm, steh auf. Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz stören? Mäh, 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 mäh. Können Sie nicht mal was anderes bringen, als das Scheiß-Administier-Jaule wie jetzt? Sie haben ja alle Tassen im Schrank. Können Sie nicht mal ein bisschen was geschaltet? Bring ihr Arschköppe. Mäh, mäh, mäh. 59, 60, 59, Mä � changelt. Ja. killbilien gab es? ñ